BMW Motorrad hat eine neue Handyhalterung herausgebracht, die unsere Kamera von unserem Smartphone nicht mehr beschädigen sollte und die nun auch final für alle Smartphones da draußen funktionieren sollte. Ich teste sie für euch und finde heraus, ob mein 1000 Euro Handy heute kaputt geht. Das und mehr nach dem Intro. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist Motorchecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet und heute ein Thema, was diesen Kanal schon länger begleitet. Wir haben getestet SB Gadget, wir haben getestet Quadlock, wir haben all diese Handyhaltungen ausprobiert. Sie sind teuer, sie funktionieren nicht für alle Smartphones und vor allem das Schlimmste, Sie können eure Handykamera kaputt machen, denn wenn ihr mal euer Handy schüttelt, dann hört ihr, wenn ihr ein Handy habt mit einem optischen Bildstabilisator, ein kleines Klackern und dieses kleine Klackern bedeutet damit, dass ihr sie nicht auf den Quadlock oder SB Gadget Halterungen montieren solltet, denn da kann es sein, dass euer Smartphone danach nicht mehr richtig funktioniert, also die Kamera. BMW ist hergegangen und hat eine Handyhalterung komplett neu gedacht. Sie haben viele Features hinzugefügt und ich möchte euch heute die Halterung von dem ersten Moment vorstellen, wie wir sie montieren, bis hin zum finalen Fazit nach einigen hundert Kilometern, wie sie sich wirklich verhalten hat. Ich weiß es mittlerweile schon, aber davor möchte ich euch erstmal alle Features von der Handyhalterung erzählen. Grundsätzlich mal vorweg, die Handyhalterung kostet zwischen 230 und 250 Euro, das ist ein ordentlicher Batzen Geld, dafür bekomme ich aber Wireless Charging. Die Handyhalterung kann angebracht werden, ganz einfach auf der BMW Navigationshalterung, also auf dieser Vorbereitung. Das bedeutet, sie passt nicht auf andere Fahrzeuge, außer auf BMW bzw. auf den Motorrädern, wo diese Handyhalterung montiert ist. Und gleichzeitig ist die Handyhalterung sehr universal einsetzbar. Also mein 12-13 Pro Max geht drauf, ohne Handyhülle. Die kleineren Handys sind auch in Ordnung, iPhone SE habe ich aber zum Beispiel nicht montieren können, weil das dann einfach von der Form her zu klein war. Also eher ein großes Handy montieren, fällt dadurch auch leichter und damit sind wir auch in der Kategorie, wo die optischen Bildstabilisatoren verbaut sind und das kann dann auch wirklich gut navigieren. Also die wichtigsten Eigenschaften kennt ihr jetzt, wir gehen jetzt mal ans Montieren und ich zeige euch, wie einfach das wirklich geht bei der Halterung. In den 250 Euro sind im Endeffekt nur diese Plastikhalterung enthalten, die gehört auf die Navihalterung von BMW, die nochmal extra zu kaufen ist. Aber wenn ihr die schon habt, könnt ihr ganz einfach das dazukaufen und schon seid ihr dabei. BMW-Schlüssel anstecken, ganz einfach aufsperren, Sicherungsstift ziehen hinten, unten einhaken und dann oben einhaken. Sicherungsstift wieder rein, Zündung wieder abschließen oder Zündung nehmen und schon ist das im Endeffekt montiert. Grundsätzlich war es das Ganze mit der Montage bis auf euer Smartphone. Das könnt ihr dann ganz einfach nehmen, nach unten ziehen und einheften. Bei meinem 1213 Pro Max, da braucht es die Hülle weg, weil mit Hülle ist es dann zu groß, ohne Hülle geht es. Ihr könnt es aber auch kleiner einstellen und dafür müsst ihr einfach euer Smartphone nochmal rausnehmen oder es ist noch draußen und dann könnt ihr ganz einfach, hier unten ist ein Schrauber, an dem dreht ihr und an dem könnt ihr sozusagen diese zwei Einstellmechanismen direkt justieren für die passende Größe von eurem Smartphone. Wireless Charging ist dann bereits automatisch aktiviert und dann leuchtet hier unten ein grünes Lämpchen und euer Handy ladet auf. Ja Freunde, jetzt kennt ihr alle Features, alle Funktionen von der Handyhalterung. Jetzt braucht ihr es nur noch einen Real-Life-Test. Wie schaut es aus? Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Das finde ich für euch heute heraus und ich bin mal richtig gespannt, denn klar ist eins, wenn die Vibrationen zu stark sind, dann wird die Kamera Game Over gehen und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob sie bei mir Game Over geht. Falls das so sein sollte, werde ich natürlich jetzt transparent mit euch teilen. Falls ihr aber diese Handyhaltung habt und dann länger damit fahre, dass ich, ich kann nur ein paar hundert Kilometer damit fahren, dann schreibt unbedingt auch eure Meinung in die Kommentare, mit welchem Motorrad, welches Handy, was das Problem war, nachdem ihr diese Halterung benutzt habt. Denn das ist super wichtig, denn dieses Video kann natürlich immer nur einen gewissen Zeitraum abdecken und nicht ein Leben lang. Aber bevor wir zum letzten Punkt gehen, wo ich euch zeige, ob die Kamera noch funktioniert oder nicht, möchte ich euch noch ein paar Dinge erzählen von der Handyhaltung, die mir während meines Tests aufgefallen sind. Grundsätzlich mal eins, es ist leider ein kompletter Plastikbomber. Also gerade dieser kleine Pin hier ist aus Plastik, das alles aus Plastik. Und was mich auch stört, es gibt keine finale Verriegelung. Es hält einfach so zu, aber ich kann nicht irgendwie in den Regeln zuschieben, um sicherer zu gehen, dass es nicht aufgeht. Ich kann ja, also ich hatte immer die Angst, dass es mir aufgeht oder sonst irgendwas. Mit der Zeit, wer weiß, wie sich das verhält, wenn das länger und öfters in Benutzung ist als bei mir, dann frage ich mich schon, kann das final funktionieren? Das wird leider auch nur die Zeit zeigen. Im ersten Moment denke ich mir so, ja, es ist gut, es funktioniert bei mir, aber ob das auf 15, 20.000 Kilometer läuft, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich muss ehrlich gestehen, es gibt ein Feature, das feiere ich so abgöttisch, weil das einfach abgöttisch zum Feiern ist und das ist schlicht und ergreifend das Wireless Charging ohne Spaß. Schön integriert, ohne dass es wirklich stört in der Optik und vor allem voll funktionsfähig. Mein Handy ladet permanent, ich kann ganz normal navigieren und brauche mir nie Sorgen machen, dass es mein Handy, der Strom ausgeht, wenn ich bei der Navigation irgendwas mache. Und auch was, was alle Offroad-Fahrer unter euch wissen sollten, BMW schreibt in der Bedienungsanleitung, dass das Ganze nicht auf Offroad-Pisten getestet werden soll, beziehungsweise benutzt werden soll. Es soll auf normalen Straßen, nicht auf extrem unebenen Straßen gefahren werden. Was extrem unebene Straßen sind, hat BMW aber nicht genauer definiert, und deswegen gehe ich davon aus, dass Schotterwege eher nicht für das Smartphone gut sind, beziehungsweise, was mir auch aufgefallen ist, vielleicht auch nicht so super dann drin hält, wenn das extrem herumwurbelt. Aktuell muss ich sagen, ich bin über 200 kmh mitgefahren, da hatte ich überhaupt kein Problem, es hat einfach seinen Job gemacht und hat nicht irgendwie so getan, also wäre es nicht funktionsfähig. Deshalb kann ich sagen, bei mir ist nicht rausgefallen auf den normalen Straßen dieser Erde. Offroad wirken halt ganz andere Kräfte auf das ganze Motorrad ein, deswegen musst du da wahrscheinlich noch mehr Gummierung und noch mehr Verbau stattfinden, dass es sozusagen dann ganz einfach dort genutzt werden kann. Vielleicht gibt es ja in der Zukunft von BMW ein Update für sozusagen die Offroad-Version, dass wir das Ganze auch Offroad benutzen können. Alles in allem finde ich auch eins interessant, dadurch, dass das Handy nicht sehr arg gehalten wird, ist es natürlich auch ein bisschen freier, und wenn man hier hinten an die Halbbarung greift, dann spürt man die Vibrationen, aber wenn man dann aufs Handy greift, nur wenn man es ganz fest herandrückt sozusagen an die Halterung, spürt man ein bisschen Vibrationen. Also dadurch, dass es so leicht drinnen reingezwickt ist, hat es halt einfach noch ein bisschen Spielraum und kann dadurch ein bisschen mehr Vibrationen, glaube ich, ausgleichen. Und vielleicht ist auch das der Geheimdruck von BMW, die sie angewendet haben, dass euer Handy nicht kaputt geht, beziehungsweise wir wissen es noch nicht, wir gehen nämlich genau jetzt, hätte ich gesagt, live rein und schauen, ob unser Smartphone Schrott ist oder nicht. So, und jetzt der entscheidende Test, kann die Kamera noch immer scharf stellen, und ihr seht schon, wir haben hier kein Fokuspull, kein gar nichts, sie macht das, was sie machen soll, trotz ihrer Kilometer, zack, alles in Ordnung, und bombenscharf. Also, hätte ich mal gesagt, meinem Test hat sie bis jetzt ganz gut überstanden, und sie lebt, und man merkt schon, hier ist nichts mit wageligem Fokus oder sonst irgendwas, das funktioniert. Und das finde ich gut, auch im Videomonus, schauen wir da nochmal rein, zack, funktioniert derzeit, funktioniert. Also, das ist schon mal ein sehr vielversprechendes Ergebnis, weil wir sind durchaus alles Mögliche gefahren, also Offroad, Onroad, wir sind ein bisschen Offroad gefahren, ich würde es nicht empfehlen, aber ein bisschen haben wir was gemacht, und das hat trotzdem noch immer funktioniert. Also, ihr seht es eh, da gibt es keine Problemchen. Cool, da sagt man schon wieder. Also, BMW, deutsche Produktion, funktioniert. Ihr habt es ja jetzt sehr gut erlebt, es funktioniert noch immer. So, jetzt kann es zwei Themen sein. Erstens, ich bin so wenig Kilometer mitgefahren, damit der Schaden auftritt. Zweitens, es funktioniert halt einfach wirklich. Dann muss man sagen, Chapeau, BMW. Ich bin gespannt auf euer Feedback in den Comments. Man merkt halt einfach doch, und ich glaube, das ist wirklich der Geheimtrick, dass das Handy hier etwas leichter drin ist, und trotzdem ein bisschen Vibrationen selbstständig dämpft noch einmal. Und vielleicht ist es auch noch mal innen drin gedämpft, unter der ganzen Plastikhaut, dass es die Vibrationen einfach noch mal so ein bisschen reduziert. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin auch gespannt, was ihr zum Preis sagt, denn über 200 Euro, je nachdem, wo man geschaut hat, zwischen 230 und 250 Euro, ist dann auch kein Schmutz auf der anderen Seite. Und wenn ich mir dann spare, mein 1.000 Euro Handy zu reparieren, na dann bitte her damit. Das heißt, Freunde, in dem Fall könnte ich eine Kaufempfehlung aussprechen, aber eben nur mit Vorbehalt. Seid euch dessen bewusst, euer Smartphone kann überall, wenn es extremen Vibrationen ausgesetzt wird, defekt werden, die optische Bildstabilisierung, und dann habt ihr einen ordentlichen Scheiß beieinander. Deshalb, überlegt euch gut, ob ihr so eine Handyhalterung wollt. In meinem Fall hat es jetzt funktioniert, und vor allem, lest es auch unbedingt die Kommentare, ob es irgendwelche Probleme mit der Halterung gibt, denn das wird erst die Masse zeigen, ob das Ganze funktioniert, oder eben nicht. Ich hätte gesagt, wenn ihr jetzt nichts mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal jetzt kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein, und bitte euch!